willkommen zum zweiten folge zu so my party jamboree in der letzten folge haben wir mal als man über diesen gameplay angeschaut und den story modus angesehen und zwar in gumba lagune und jetzt finden wir hier ein brief das ein herausforderungsbrief gefunden der dem gumba meinte zwar das pendelhangeln und wenn es gefällt dann könnt ihr mich auf den like abonnieren da habt ihr auch nichts verpassen könnt halten und loslassen oh gott das muss wirklich ein richtiger moment sein und die sind ja auch unterschiedlich groß okay das ist am besten konzentriert bleiben aber die haben einen fehler gemacht tatsächlich und die haben tatsächlich geschafft und sie haben nicht mal die hälfte geschafft krass und jetzt kann ich auch wieder informationen sagen die ich zwar jetzt in der letzten folge gesagt habe ich sag es trotzdem und zwar dann ist seit dem siebten elften in vietnam und er ist für einen monat in vietnam das bedeutet er fliegt mit kata erweiss dahin sowas es war tatsächlich eine herausforderung bedanke mich am besten schlau kopf auch nicht einfach mit strips zu gehen haben ich habe ein schild aufgestellt damit es von dir befunden mich hier in deutsch spielen kannst was kann ich noch mal so dann gehen wir mal erst mal nach oben und zwar bei mario na sowas das ist ja mario ok das ist sein spiel ok das tut eigentlich machbar sein ein mini spiel trio außerdem das video wurde gecuttet und deswegen was ihr vorhin gesehen hat war die aufnahme am sonntag und jetzt ist es der zwölfte elfte weil ich habe es quasi gecuttet ich habe einmal am sonntag gefilmt und dann am dienstag ich kann euch nochmals mal über die informationen über diese drei reisen von meinen eltern und meinen mitarbeiter sagen flagge heben sprühen ach doch gott er muss sich diesen knopf drücken mit diesem l aber diesen l verstehe ich nicht muss ich das drücken oder oder ne nur dieses erne also ich kann mal sagen seit dem 7.11.2024 ist mein mitarbeitergang nach vietnam und bleibt für einen monat als er geflogen ist ist er mit katar airways geflogen zweimal und dann als nächstes heute wird mein vater nach amerika reisen beziehungsweise die städte san francisco und los angeles also bleibt auch für einen monat der fliegt auch sein flieg startet gleich deswegen wurde die aufnahme sehr früh am morgen gefilmt oh gott ich hasse diese schwule oh gott ich darf nicht fünf vierter sein ne auch deine mutter schwul peach ja genau 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 wenigstens kack fehler oder was ja geil die hol jetzt auf schwanzlutscher ja geil die hol jetzt auf ey okay nur er nur er geht auch also mein vater wird alleine nach san francisco und amerika fliegen und der flug ist heute der zwölfte elfte und das ist britisch airways sein flug geht um 11 uhr 30 los und da fliegt er erstmal mit oilwings nach new york und so ist wahrscheinlich wird er drei stunden flug zu rufen in london heathrow sein und dann fliegt er um 11 uhr 45 mit britisch airways nach san francisco gartenstecker toll wie du dich dem zeug gelegt hast zum dank wirst du zum mage helfen irgendwann dafür bekommst du einen notfallhelfer in bremslage sehr schön retten sie wer kann die fels brechen demnächst ganz sicher runter ich hab angst oh gott ausweichen ja die reise ist ein monat und ich werde 2026 in amerika reisen also ich hoffe es was ich nicht von meinem vater nicht verstehen kann ist dass er alleine fliegt und er kann kein englisch ne deswegen finde ich sowas sehr kritisch aber ich wünsche mal viel spaß dass er dass die leute ihn verstehen können weiter weiter ja geschafft er muss ich doch muss zum ende Ah ey das ist kacke ei das ist kacke scheiße oh gott ja ok geschafft echt geschafft und dann der dritte mensch ist meine mutter und sie wird anfang januar 2025 für drei monate nach vietnam reisen und das auch mit kata erweist jetzt weiß ich was man tun muss ich bin richtig erleichtert kommen noch mal wieder und erneut zu spielen eigentlich macht das schrumpenbarsch ne also sind fischerleien in ozean sehen nicht so glücklich aus 1 gegen 2 müssen rötchen schwimmen spielen mich der einzelspieler oder was tatsächlich eigentlich hattest du nicht getroffen und sich fliegt meine mutter fliegt auch mit katholik also dann und meine mutter werden mit katholik fliegen dann dieses jahr und meine mutter nächstes jahr quasi und es kann auch sein dass mein vater oder meine schwester auch nächstes jahr mit katholik fliegen oh gott danke ein verschuss versuch haben die aber kriegen sie nicht kriegen sie nicht ok ich muss noch mal karten leider aber ich möchte länger filmen kann ich nicht es ist früher morgens und ich muss auch früh raus das ist jeden tag so auch wenn ich irgendwie nicht möchte die schlimmste ist das ist selbst wie ein fisch wortlich ich will auf karte ist noch keine karte so kriege ich habe jetzt die angel schloss hat wirklich den bericht mit einer herausforderung zu dem hinspiel rum boah jedenfalls klasse dass du das ding angenommen und souvenir gemeistert hast und siehst meine augenbrauen lag wieder mal gold richtig und weil du am glaubt hast hier ist eine belohnung das ist was besonderes eine flagge des wimpel ich muss ja auch wieder zurück wegen einer insel und die hier das meine angeln gerufen vielen dank gibt kann ich es eigentlich wieder fischen soweit sie gut müsste einfach ausprobieren ja gut dann hier rein hier angelt man münzen probier doch mal aus das aber alles nur ein test gleich musste ich am ende als fangen münzen leider wieder abnehmen versuch doch mehr mehr als einmal vielleicht klappt es das ja besser oh da sieben münzen sehr gut versuch nochmal oh ein stern na du bist ja ein richtiger blitz bist da kannst du natürlich gerne behalten nachdem du das geschickt anstellst wow außerdem hast du sehr mutig geist getroffen dafür kriegst du noch das hier als dankeschön großformat deco wenn die partie los geht dann geht doch mal wieder angelässt doch mal eine probe boah noch sieben noch krass ach du suchst noch einen schlüssel den ich entdeckt auf dem meeresgrund oh gott das ist das schnelldruck spiel oh gott man darf nicht vom hei getroffen werden oh ne und vom blooper du weißt auch nö ne das ist das der ne die 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 10 habe ich. Früher war eine so eine Truhe 10 Euro wert. Okay, das waren alle. 13. Gibt noch ein Game, dann sollte es reichen. Ich habe nicht gedacht, dass es schnell geht. Oder jetzt beenden? Wir wollen noch 4, ne? Der Schlüssel war noch eine Schatztour, die du in den Urzeigen gefunden hast. Hier bitte schön. Ein Schlüssel. Schatz ist ein Schlüssel. Warte, dann können wir doch noch hier auf ganz rechts gehen, ne? Ah, du hast den Schlüssel. Geil. Dann kannst du dich jetzt mit der Schatzkiste beschäftigen. Möchtest du das machen? Gut. Ich werde einen Mini-Stern in einer Schatzkiste legen und dann wirst du die Kiste ordentlich durchgemischt. Wenn es fänglich ist, musst du erraten, welche Kiste der Mini-Sterne sind. Okay, rechts. Da. Hä? Das war rechts! Deine Mutter! Ja, das ist toll, wenn man früh aussteht, ne? Das ist so ein Drecksack, ey. Ich habe nur die Möglichkeit, gerade nur früh auszustehen. Da. So, diesmal hier. Gut. Okay, jetzt nochmal, werde ich es nochmal sagen. Und zwar, dann ist seit dem 17.11. in Vietnam, bzw. die Städte Hanoi und meistens in Da Nang. Und da bleibt er für einen Monat, also bis zum Dezember, ne? Mein Vater fliegt heute, am 12.11. nach Amerika, und zwar in die Städte San Francisco und Los Angeles, ne? Also er fliegt ja um halb acht mit Eurowings nach London und um 11.45 Uhr nach San Francisco. Und da fliegt er sogar mit einer A83 von British Airways, ne? Also, krass. Und am 05.01. fliegt meine Mutter ebenfalls mit Qatar Airways für sogar drei Monate nach Vietnam, ne? Deswegen hoffe ich, dass ich ab 2026 meine Träume erfüllen kann. Zum Beispiel Business Class fliegen und First Class und auch diese Länder bereiten. Mal gucken, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Bis dann, Leute! Bis dann, Leute! Tschüss.